Und jetzt können wir da drin nämlich neue Teile craften. Guck mal, was wir da alles machen können. Seht ihr, was wir da alles machen können? Der Wahnsinn, was wir da alles machen können. Moinsen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wildland. Und was wollen wir heute machen? Nachdem wir im letzten Livestream bzw. in der letzten Aufnahmesitzung ja ziemlich in die Irre gefahren sind, weil ich auch ziemlich planlos losgefahren bin auf hoher See, werden wir heute mal ein bisschen was Produktiveres machen. Und zwar möchte ich heute mal gerne beim Crafting ein bisschen weiterkommen. Ich habe mich nämlich jetzt mal ein bisschen offscreen in einem anderen Spielstand mal ein bisschen weiter vorwärts gespielt, um einfach zu gucken, welche Schritte muss ich denn machen, um weiterzukommen. Damit ich ein bisschen gezielter hier spielen kann, damit wir nicht so viel Zeit verplempern. Und was ich auch rausgefunden habe bei dieser Aktion auf dem anderen Spielstand ist, ich muss tatsächlich in See stechen. Ich habe keine andere Wahl, denn ich befinde mich hier nämlich in einem Biom mit gemäßigtem Klima. Ja, ihr seht ja, das sind ja hier Nadelwälder und so ein bisschen Laubwald, so Mischwald. Das ist halt ganz cool eigentlich, weil hier gibt es eigentlich recht viel. Nur eine Sache gibt es hier nicht und zwar Gummibäume. Und Gummibäume brauche ich dann später zum Beispiel für Autoreifen. Und das kriege ich hier nicht. Das heißt, ich muss irgendwann in See stechen, wenn ich mich weiterentwickeln möchte. Oder wenn ich hier meinen Charakter weiter ausbauen möchte, wenn der auch mal rumfahren soll mit dem Auto und so. Da muss ich irgendwann in See stechen und muss irgendwie eine andere Insel finden. Sonst funktioniert es hier nicht. Also hier habe ich irgendwann so eine Art Grenze, wo ich einfach beim Craften nicht weiterkomme. Und das heißt, da müssen wir heute mal dran arbeiten, dass wir es schaffen, auch ein bisschen schneller über den Ozean zu fahren. Jetzt muss ich aber erstmal was essen. Ich sehe nämlich gerade schon wieder, mein Charakter hat Hunger. Ich muss erstmal kurz auch wieder auf die Kontrollen klarkommen. Das ist auch gar nicht so einfach hier, wenn man jetzt schon wieder eine ganze Zeit wieder andere Spiele gespielt hat. Raspberries, I said I'm not ready yet. Ja komm, du bist ready. Ich weiß genau, dass du ready bist. Du bist so ready, wie du noch nie ready gewesen bist. Los. Iss. Komm schon. Drück es dir rein. Okay. Also ich sage euch mal kurz, wie wir jetzt vorgehen müssen, um weiterzukommen. Wir müssen folgendes craften. Und zwar müssen wir bei Crafting mal filtern nach Foundry. Wir müssen diese Foundry craften. Das ist der Schlüssel, um weiterzukommen. Das wusste ich in den letzten paar Folgen nicht. Ich habe mich da immer so ein bisschen rumgerätselt. Ja, wie komme ich eigentlich an das Soldering Iron und so. Und jetzt habe ich es halt rausgefunden, als ich in dem anderen Spielstand gespielt habe. Ich muss diese Foundry machen, weil da kann ich nochmal Spezialteile, Metallteile auch zum Bauen und so craften. Und deswegen brauche ich diese Foundry. So, was brauchen wir jetzt für die Foundry? Für die Foundry brauchen wir Clay, diese Casting-Mold, die ich auch schon gemacht habe. Zum Glück habe ich die schon gemacht. Und Furnace-Lining. Furnace-Lining können wir hier in dem Kiln craften. Da muss ich natürlich erstmal das Glas rausnehmen. Und was brauchen wir für Furnace-Lining? Für Furnace-Lining brauchen wir Sand, den wir ja zum Glück jetzt in rauen Mengen haben, durch die letzten paar Folgen, wo wir nur sinnlos auf das Boot oder das Boot versucht haben freizukriegen. Und ansonsten, ja, brauchen wir noch Lehm. Den hole ich mir jetzt mal. Da weiß ich nämlich gerade nicht mehr, wie viel ich davon noch habe. Deswegen hole ich mir den jetzt einfach mal. Und wir haben ja zum Glück hier direkt nebenan eine Lehmquelle. Und da hole ich mir den jetzt einfach mal her. Genau. Da müssen wir jetzt einiges rausholen, tatsächlich, weil wir brauchen richtig viel jetzt. Für die Foundry brauchen wir ja auch nochmal Lehm, um die zu machen. Das heißt, wir brauchen eine ordentlich große Menge. So, komm schon. Give it. Give it. Give it. Genau. Hier haben wir das. Und hier haben wir das. Und hier haben wir das. Wizard Spinach. Ne, Wizard Spinach will ich jetzt nicht essen. Das brauche ich jetzt nicht. So, dann gucken wir mal nach. Also, genau. Wir haben jetzt 60 knapp. 59 haben wir. Das müsste hoffentlich dann gerade so ausreichen. So, dann brauchen wir jetzt erstmal Wooden Parts. The Quip. Die stopfen wir hier in den Kilm. Und den Kilm, den zünden wir dann auch gleich an. Light. Und dann sage ich Rechtsklick. Und genau, Sand brauchen wir noch. Den hätte ich jetzt beinahe vergessen. Aber, den hatte ich ja hier oben in die Kisten gestopft. Wie ihr euch vielleicht noch erinnert. So, gucken wir mal nach. Jawohl. 97 Einheiten Sand. Na, wenn das nicht viel ist, dann weiß ich es auch nicht. Hier haben wir sogar noch ein bisschen Leben. Den ziehe ich jetzt auch einfach mal raus. Das Zeug. Können wir gleich mal hier die ganze Crafting-Liste voll machen. Ja, und das dauert jetzt halt, ne. Das dauert jetzt eine ganze Weile. Ich werde sicherheitshalber jetzt nochmal Eisen holen. Weil Eisen wird auch noch gebraucht. Ganz dringend. Eisen, Eisen, Eisen brauchen wir. Wo ist eigentlich meine Armbrust? Wartet mal. Habe ich die abgelegt? Ich kann ja nicht ohne Armbrust, ohne Waffe losgehen. Was ist, wenn Tiere auf mich losgehen wollen? Das geht ja mal gar nicht. Wo habe ich denn die Armbrust hingetan? Wo habe ich die denn abgelegt? Beim letzten Mal. Bin ich gerade verwirrt. Habe ich die noch im Boot? Bin gerade mal hart am überlegen. Doch, ich hatte doch eine Armbrust, oder? Ich hatte eine Armbrust gehabt. Ich verwechsel jetzt vielleicht auch die Spielstände. Das kann auch sein. Das kann auch sein, meine lieben Freunde. Use Ladder. Liegt hier noch irgendwas? Ne, meine Dings liegt noch da. Ach stimmt, das habe ich alles in die Chest gepackt. Ne, in die eine. Ich glaube, ich erinnere mich. Moment. Welche ist nur die Frage. Wo habe ich die reingepackt? Hier. Ha. In einem geordneten Haushalt findet sich halt alles wieder. Dann nehmen wir gleich mal auch die Säge. Den Hammer. Die Axt und das alles. Das nehmen wir mal alles mit. Super. Okay, das ziehen wir mal hier. Weil die Armbrust, die brauche ich schon. Das ist schon wichtig. Ohne Armbrust hier rumzulaufen ist so ziemlich Selbstmord. Wenn man irgendwie an ein Tier gerät oder so. Weil die einen ja schon relativ schnell platt machen können. Denn, meine lieben Freunde, der andere Plan ist auch. Ich möchte gerne ein motorgetriebenes Boot bauen. Damit wir auch mal schneller von Insel zu Insel kommen. Aber ihr habt ja schon gesehen, die Distanzen sind ja schon relativ groß zwischen den Inseln. Das heißt, man muss schon dafür sorgen, dass man mit dem Boot schnell unterwegs ist. Also so ein Segelboot, das kannst du eigentlich vergessen. Ja, das bringt gar nichts. So, hier haben wir doch genau. Hier hatten wir diese Eisenquelle. Und ich muss irgendwann auch in eine Höhle, weil ich dann irgendwann auch Schwefel brauche. So, wunderbar. Hier holen wir uns jetzt erstmal das Eisen. Ich hoffe, die Eisenquelle, die hält noch eine Weile. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, wo ich sonst noch Eisen herkriegen kann. Komme ich ja noch wieder raus. Ja, sehr gut. Ist das hier ein Sack? Ich habe einen Sack gefunden. Ach, das war... Hä, Moment mal. Hier liegt noch irgendwas. Ach nee, bin ich hier nicht schon mal vorbeigekommen? Was ist das denn da? Alchemist Shows. Ach so. Ja, stimmt. Da hatte jemand mir geschrieben, von wegen, ich hätte die Schuhe übersehen. Das meinte er also. Vielen Dank an denjenigen, der gesagt hat, ich habe Schuhe übersehen. Jetzt habe ich sie gefunden. Dann sollte ich mir die Schuhe auch mal anziehen, oder? Wenn ich sie jetzt schon gefunden habe. Äquip. So, jetzt bin ich ein kompletter Alchemist. Der Wahnsinn. Das heißt, ich kann dann bald auch normale Erde in Gold verwandeln. Oder Eisen zu Gold verwandeln. Aber ich frage mich ehrlich gesagt, ich glaube, Gold gibt es gar nicht in dem Spiel. Müssen wir mal gucken. Also, genau. Furnace Lining haben wir jetzt hier. Und ich habe schon wieder Hunger. So, wir brauchen noch mehr Furnace Lining. Viel mehr. Und ich habe mir jetzt auch entschieden, ich werde jetzt, wie gesagt, so lange, bis ich eine Engine habe, eine vernünftige, werde ich erst mal hier auf der Insel bleiben. Weil das einfach am sinnvollsten ist. Es bringt halt einfach nichts, jetzt irgendwo hinzufahren. Ich muss vorher auch noch eine Druckerpresse machen. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. So, jetzt schmelzen wir hier noch das Eisen. Hä? Hat das jetzt nicht gemacht? Jetzt. Habe ich wahrscheinlich zu früh losgelassen, die Taste. So. Genau, was wir auch noch machen müssen, ist eine... Äh, ich hoffe, ich filter das jetzt richtig. Ne. Press. Press. Jetzt haben wir hier auch das Eisen. Genau. Und die stellen wir auch mal oben auf, würde ich sagen. Hier unten ist es schon so voll. Und hier haben wir noch ein bisschen Platz. Hier können wir noch was aufstellen. Äh, Crafting. Und zwar eine Press. Ah nein, mir fehlt noch ein Ingoth. Das gibt es ja gar nicht. Ein Ingo fehlt mir noch. Ein Metal-Ingo. So. Los. Gib mir die Ingos. Können wir hier gleich nochmal nach dem Furnace-Lining gucken. Ihr merkt schon, man muss jetzt hier echt auch mehrere Crafting-Stationen parallel betreiben. Zwei von denen brauchen wir nur noch. Und dann, äh, ja. Wird das jetzt ganz schön, ähm, organisationsmäßig hier ein ganz schönes Hin und Her. Kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ja, also das wird jetzt hier ganz schön... Wir müssen jetzt hier ganz schön viel jonglieren zwischen den ganzen Stationen. Ich muss auch essen wieder, sehe ich gerade. Essen. Hier, Raspberries. Schöner Raspberries. Raspberries. Ah, jetzt. Ich würde gerade sagen. Er wird ja gar nicht satt. Was ist denn da los? Aber gut, es sind ja auch nur Beeren, die er isst. Das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich muss mich, glaube ich, auch mal wieder hier ein bisschen nach anderer Nahrung umsehen. Was haben wir denn hier eigentlich noch? Wir haben hier auch Pilze und sowas. Ich ernte hier schon mal die Beeren, damit ich wieder was zu essen habe. Der wird nämlich gleich wieder meckern. Die Beeren, die werden nicht ausreichen. Das weiß ich gleich. Weiß ich jetzt schon. So, jetzt haben wir aber hier Eisen. Und jetzt können wir die Druckerpresse machen. Druckerpresse. Crafting. Äh, das war die Press-Construct. Und die ist ganz schön groß. Die sieht auf dem Bild so klein aus. Aber die ist eigentlich ganz schön drick, äh, dick, drick, drick. Moment, wie konnte ich das nochmal drehen? Ich bin jetzt noch... Das ist witzig. Ich habe gestern einen Planet Coaster aufgenommen. Und jetzt bin ich immer noch in der Planet Coaster-Steuerung drin. Und wollte gerade mit Y das Ganze drehen. Aber hier ist es ja furchtbar. Wieso macht jedes Spiel das eigentlich immer anders? Jedes Spiel macht es anders. So, jetzt brauche ich Woodpulp. Und Woodpulp, da muss ich erstmal ein Lagerfeuer aufbauen. Ähm, wie war das nochmal? Campfire. Unlit Campfire, genau. Construct. Das baue ich jetzt einfach mal hier hin. So, und dann sagen wir einfach... Ähm, nicht Interact, sondern wir sagen... Light. Und dann machen wir nämlich hier mal Woodpulp. Ich weiß jetzt nicht, es gibt verschiedene. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo da der Unterschied ist so richtig. Ich mache jetzt einfach mal dieses Ding da. Ach, das ist gleich 10 Mal, ne? Genau. Stimmt, das ist eine Einheit. Da packe ich 10 Pieces rein. Da habe ich 10 Stück raus. Ja, das ist okay. Dann können wir 10 Mal Papier machen. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Wer weiß, für was wir Papier noch alles brauchen. So, jetzt haben wir hier die Furnace Lining. Und ihr seht schon, wir sind jetzt schon wieder fast eine Folge zu Gange. Und was haben wir geschafft? Fast nichts. Na gut, wir haben die Druckerpresse gebaut. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Die Foundry. Die kann ich sogar schon machen. Guckt mal. Sauber. Sehr gut. Die packen wir hier neben das Haus. Packen wir hier hin. So. Und jetzt können wir da drin nämlich neue Teile craften. Guckt mal, was wir da alles machen können. Seht ihr, was wir da alles machen können? Der Wahnsinn, was wir da alles machen können. Guckt euch das mal an. Wir brauchen jetzt ganz viel Kohle ab diesem Punkt im Spiel. Und zum Glück haben wir hier direkt nebenan eine Kohlequelle. Das heißt, im Grunde bin ich eigentlich in dem Spielstand hier gesegnet. Ich habe eigentlich alles auf einen Haufen. Das ist der volle Wahnsinn hier. Gut, die Kohle scheint jetzt hier schon weniger zu werden. Das ist jetzt gerade gar nicht gut. Wo ich das gerade gesagt habe. Ich hätte es nicht verschreien dürfen, glaube ich. Kohle? Lass dich aufheben. So, Kohle brauchen wir nämlich hier. Alles, was wir hier in der Kiln machen, da brauchen wir nämlich Eisen, Kupfer oder Kohle. So, jetzt gehen wir mal hier. Das sieht aus, als wenn die Druckerpresse brennt. So sieht das aus, ey. So, Moment. Das Pulp müsste jetzt eigentlich fertig sein. Pulp Fiction. Jawohl, Pulp. So, da können wir auch gleich mal hier die Früchte, die können wir gleich mal rösten. Dann sind die wahrscheinlich ein bisschen, dann bringen die ein bisschen mehr Food zurück. So, jetzt machen wir erstmal Papier. An der Press. Und dann kann ich nämlich eine Karte machen. Das ist ganz wichtig. Mit dem Papier, das ich jetzt hier crafte, kann ich mir eine Karte machen. Und dann muss ich schauen. Jetzt gucken wir mal hier. Brauchen wir hier noch irgendwas eigentlich? Ich glaube ja, hier brauchen wir auch noch irgendwas. Was brauche ich als nächstes, ist die entscheidende Frage. Also, was ich schon festgestellt habe, ist, auf Elektrizität zu gehen, lohnt sich eigentlich am Anfang gar nicht so wahnsinnig. Weil es nicht so viele Dinge gibt, die jetzt mit Elektrizität laufen. Es gibt irgendwie nur so eine Heizanlage, die man bauen kann aus Elektrizität oder mit Elektrizität, die man damit powern kann. Und dann gibt es einen Ofen. Der Ofen würde sich vielleicht lohnen. Was eigentlich viel schlauer ist, wenn ich jetzt erstmal so Sachen mache, die jetzt wichtig sind für eine Engine, wenn man die craften wollen würde. Zum Beispiel hier Steel Plates. Und ihr werdet jetzt gleich sehen, wenn ich jetzt diese Einzelteile mache. Wir haben jetzt hier Propeller, Steel Rod, also so einen Stahlstab. Dann haben wir hier Steel Plates, also Platten. Und wir haben einen Steel Tube, also so ein Rohr. Und daraus können wir halt dann Maschinen zusammenbauen. Aber bevor ich das halt nicht im Inventar habe, kann ich die Blueprints nicht finden. Wenn ich jetzt hier nach Engine suche, seht ihr, da kommt nichts. Ja, also das ist ganz wichtig zu wissen. Man muss, bevor man das machen kann, die richtigen Teile im Inventar haben. Und das ist jetzt so ein bisschen die Krux. Da muss ich jetzt nochmal gucken, was ich da nochmal genau brauchte. So, das wird jetzt hier gecraftet, genau. Ähm, ich mache jetzt auch nochmal hier dieses Copper Wiring. Copper Wire. Und dann brauchen wir noch ein Cockwheel, bräuchte ich eigentlich auch noch hier. So ein Zahnrad. Dann, dann habe ich glaube ich alles, was ich für eine Engine brauche. Oder fast alles. Also ihr seht schon, es wird ein ganz schöner Wahnsinn hier, was man dann alles für Teile braucht und so. Aber wir sind auf einem guten Weg. Wir haben eigentlich die meisten Sachen. Habe ich eigentlich Kupfer hier irgendwo? Das wird mir gerade mal klar, weil die Kupferbarren, die ich da im Schrank hatte, die habe ich ja gefunden. Die habe ich ja gar nicht selber gemacht. Das Spiel hat unglaublich viel Kreativitätsmöglichkeit. Ähm, ja, wobei ich da einschränken würde. Es sind viele Dinge, im Gegensatz zum Beispiel jetzt zu sowas wie Scrap Mechanic oder so, die schon vorgecraftet sind, in vorgecrafteter Form. Wenn ich bei Scrap Mechanic zum Beispiel ein Auto bauen möchte, dann sieht dieses Auto immer anders aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Y-Lens ein Auto bauen möchte, dann sieht das Auto eigentlich fast immer gleich aus. Ich kann nur aus drei verschiedenen Varianten auswählen, wie dieses Auto auszusehen hat. So, jetzt habe ich diesen Propeller in der Hand. Ihr seht das. Und jetzt kann ich nämlich gucken, jetzt müsste ich neue Blueprints haben. Wenn ich jetzt sage Engine. Ja, guckt mal hier. Jetzt haben wir schon mal hier Passenger Seats für ein Auto. Na, jetzt seht ihr aber, ich habe jetzt Engine eingegeben. Ich kann aber noch keinen Motor machen. Jetzt haben wir hier auch Car Body Part. Das hatten wir vorher nicht. Also Autokarosserien quasi können wir jetzt machen. Das konnten wir vorher noch nicht. So. Wir können Passenger Seats machen. Wir können aber noch keine Driver Seats machen. Da fehlt auch noch irgendwas. Also anscheinend ist es das Cocktail, was noch fehlt. Wir können noch keine Engines machen und noch keinen Driver Seat. Und ich hoffe mal, wenn ich jetzt das Zahnrad dann gemacht habe, dass es das ist. Dass es dieses Teil ist, was fehlt. So, schauen wir mal. Jetzt filtere nach Engine. Ne, es ist immer noch irgendwas anderes. Ich brauche wahrscheinlich noch dieses Soldering Iron. Genau, da können wir jetzt mal gucken. Kann ich das jetzt machen? Das müsst ihr jetzt eigentlich machen können. Jawohl. Wunderbar. So, die Frage ist nur, brauche ich das für irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Wie machen wir denn jetzt weiter? Wann war das nochmal Locksmith? Genau. Der Locksmith Table. Den hier. Den kann ich nicht machen, wenn ich kein Gummi habe. Weil ihr seht hier, brauche ich einen Drive Belt. Und diesen Drive Belt, den muss ich aus Gummi machen. Aus Rubber. Und Rubber kriege ich nur von den Gummibäumen. Das heißt, für Gummi müssen wir in ein anderes Biom. Das finden wir nicht hier auf dieser Insel. Das heißt, den Locksmith Table kann ich nicht machen. Jetzt hoffe ich mal, dass es nicht so war, dass ich den Locksmith Table brauche, um eine Engine zu machen. Weil dann habe ich nämlich, habe ich eigentlich jetzt schon verkackt. Weil mit einem Segelboot zur anderen Insel zu fahren, dauert halt drei Jahre bei mir. Aus irgendeinem Grund. Deswegen ist das, glaube ich, eher nicht praktikabel. Das heißt, wir müssen jetzt mal gucken. Jetzt setze ich meine ganzen Hoffnungen. Wo setze ich die jetzt eigentlich rein? Das ist eine sehr gute Frage. Hier müsste, hier fehlt aber noch irgendwas. Hier müsste noch was dabei sein. Und zwar ein Large Steel Rod. Ja, genau. Den brauche ich. Den kann ich noch machen mit mehr Eisen. Und ich sehe gerade hier, warum dimmt die hier so vor sich hin? Die ist schon wieder am Sterben hier, die Forge. Da müssen wir mal wieder nachlegen. So. Genau. Da haben wir wieder Benzin drinne quasi. Das ist Blazing. Das läuft noch eine Weile. Genau. Jetzt kann ich eigentlich genau den Large Steel Rod machen. Den brauchen wir nämlich auch noch zum Craften. So, jetzt müsste ich aber eigentlich schon in der Lage sein, diese Workbench, diese Electricity Workbench zu bauen. Ja, genau. Energy Workbench. Da brauche ich halt noch Nägel dafür. Das Magnifying Glas. Das habe ich ja alles. Das habe ich alles. Das kann ich jetzt schon bauen. Komm, das machen wir jetzt. Dann haben wir noch eine weitere Crafting Station. Ich muss mir noch kurz mal hier die Nägel rausholen. Und dann brauche ich noch das Vergrößerungsglas. Wo auch immer es jetzt nochmal gewesen ist. Wenn das jetzt im Boot lag. Nee, hier ist es. Sehr gut. So, dann haben wir alles. Das bauen wir auch wieder oben auf, würde ich sagen. Äh, so. Genau, da ist es noch ausgewählt. Construct. Ja, hier so vom Fenster würde ich das aufstellen. Genau. Wunderschön. Genau, ihr seht jetzt hier. Jetzt habe ich hier nur drei Möglichkeiten, was zu Craften. Und zwar diese Energiespule. Diese Energy Coil. Das machen wir jetzt mal. Den Energy Converter. Und den Energy Regulator. Und aus diesen drei Teilen. Und ich glaube, da kommen auch noch zwei andere dann dazu. Da kommt dann noch eine Röhre. Eine Vakuumröhre kommt noch dazu. Und noch irgendwas. Und aus diesen Teilen kann ich dann die ganzen Electricity Sachen zusammensetzen. Teile, Elektrizitätsleiter und sowas alles. Aber wie gesagt, so viel kann man da momentan noch gar nicht machen mit Elektrizität. Wenn Minecraft und Scrap Mechanic ein Kind zeugen würden, dann wäre es Violence. Sagen wir es so. Ja, so ungefähr könnte man das sagen. Ich glaube, das trifft es am besten. So, ist jetzt hier... Genau, der Stab ist jetzt fertig. Jetzt müsste ich wieder eine neue Crafting-Möglichkeit haben, theoretisch. Schauen wir mal. Kann ich jetzt die Engine machen? Nee, kann ich immer noch nicht. Irgendwas fehlt mir noch für die Engine. Was fehlt mir denn da? Was könnte mir da fehlen? So, jetzt haben wir erst mal die Teile hier. Genau, ihr seht jetzt hier, jetzt sind hier neue Optionen freigeschaltet worden, nachdem ich das ins Inventar genommen habe. Und wir brauchen den Schraubenzieher. Der lag hier irgendwo in einer Kiste. Da ist er. So, Schraubenzieher. Dann sagen wir mal... Hier, genau. Eine Flashlight. Eine Flashlight ist cool, weil da kann ich mir nämlich so ein Miner-Set draus machen. Das machen wir jetzt gleich mal. Denn dann kann ich nämlich... Ich baue jetzt mal ein Windrad. Genau. Das konnten wir ja in der letzten Folge schon sehen, dass das geht. Da brauche ich aber Kloss dazu. Da müssen wir noch ein bisschen Flachs ernten. Das mache ich jetzt mal. Es wird schon wieder dunkel, ey. Unglaublich. Die Zeit in dem Spiel rast, ne? Weil man kann eigentlich so viel machen, aber man braucht dann am Ende des Tages doch relativ lange, bis man die ganzen Sachen gemacht hat. Was übrigens auch noch so ein bisschen ein Rätsel ist, ich weiß nicht, was die Pflanzen brauchen, um zu wachsen. Ich weiß nicht, ob die Pflanzen, wenn jetzt zum Beispiel einen Gummibaum-Samen hier einpflanzen würde, der ja eigentlich nur im tropischen Gefilden wächst, ob der dann hier auch wachsen würde oder nicht. Oder ob das so ist wie in Minecraft, dass die Pflanzen, egal wo sie sich befinden, einfach nur Licht brauchen über sich. Das kann natürlich auch sein. Bei Minecraft ist es ja auch so, wenn du eine Pflanze in einer Höhle aufbaust und die hat kein Licht dort, dann kann die nicht wachsen. Aber sobald du für eine ordentliche Lichtquelle sorgst, fängt sie ja an zu wachsen. War zumindest in Minecraft, glaube ich, so. Wenn ich mich recht entsinne, wenn du da Glowstone oder so aufbaust, wachsen die Pflanzen ja auch unterirdisch. Richtig, Minecraft-Experten werden mir zustimmen oder mir sagen, dass ich Quatsch erzähle. Je nachdem. Hier ist noch ganz viel Flachs. Den können wir noch nehmen. Jetzt wird es doch gleich wieder dunkel. Aber wir haben ja jetzt die Möglichkeit, diesen tollen Miner-Set zu craften. Und da freue ich mich jetzt richtig drauf. Da können wir nämlich auch im Dunkeln rumlaufen. Das wird richtig cool. Da muss ich nicht immer die Lampe mitnehmen. Dann brauche ich eigentlich gar keine Lampen mehr. Weil ich habe immer mein Licht dabei. Hier ist nochmal Flachs. Ich ernte jetzt so lange Flachs, bis es dunkel ist. Dann machen wir den Miner-Set. Wunderbar. So, wie viele Flachs-Pflanzen habe ich jetzt? Das kann ich jetzt leider gerade nicht sehen so schnell. Aber ich müsste jetzt schon einige haben. Das ist ja ein richtiges Feld hier. Krass. Sind das nicht sogar Flachs-Pflanzen, die ich selber angepflanzt habe? Ich glaube, ja. Ich glaube, ein Teil davon habe ich selber angepflanzt. Rasberries, genau, sind auch wichtig. So, jetzt gucken wir mal. Wie viele habe ich jetzt? 23. Okay, wir brauchen 27. 27 Flachs-Pflanzen. Das heißt, ich muss noch 4 finden. Hier sind doch 4. Da ist eine. Oh nein, das wollte ich jetzt nicht. Das. 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 Und das. So. Genau. Daraus machen wir jetzt erstmal Jahren. Dann machen wir aus dem Jahren Stoff. Und dann können wir das Windrad machen. Ihr seht schon, Wahnsinn, oder? Was man da alles machen muss, diese ganzen Crafting-Stationen und so, wie das eine aufs andere aufbaut. Das ist schon echt heftig. Das muss man auch vor allem alles verinnerlichen. Das wird einem ja nicht gesagt, was man braucht vom Spiel. Das wird einem ja erst gesagt, wenn man alles halbwegs zusammen hat, was man braucht. So. Dann haben wir das. So, jetzt füge ich oben die Taschenlampe raus aus der Crafting-Station. Und wir gucken hier rein. Genau. Flupp, flupp, flupp. Und dann gehen wir unten an die, an die Smithy, an die Blacksmith-Table, Blacksmith-Forge. Und wir sagen Light. Und wir sagen, genau, hier ist der Minersheim. Den craften wir jetzt. Und dann haben wir immer Licht. Egal, wo wir hinschauen. Und das ist super. Das ist natürlich vor allem für die YouTube-Aufnahmen gut, weil das war teilweise schon echt extremst dunkel gewesen. Wenn ich das mal sagen darf. So, und wir sorgen auch dafür, dass hier die Öfen nicht ausgehen. Dass wir hier immer schön weiter craften können. So, genau. Kommt schon, 30 Sekunden noch. Dann haben wir einen Minershelm. An dieser Stelle ist dann also wieder diese Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Weilens. Bis dann, ciao, ciao.